Musik So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Platzhirsch TV. Mein Name ist Sascha Heide und neben mir steht Joe Whitney. Okay, wir müssen uns ein bisschen beilen heute, weil wir sind nämlich gleich direkt vorm Auftritt. Das heißt nicht, ich bin vorm Auftritt, sondern Joe tritt gleich auf für eine Veranstaltung bei uns vor über 300 Leuten. Das heißt, ich stelle dich jetzt gar nicht groß vor, wir zeigen den Leuten gleich, was du machst auf der Bühne und so weiter und so fort. Es geht sich heute um das Thema Showband. Jetzt kurze Frage an dich, Joe. Wenn du jetzt eine Band beauftragen müsstest, also wenn du jetzt Kunde wärst, erzähl uns, worauf würdest du achten? Wie erkennst du eine gute Band in Deutschland von einer mittelmäßigen? Also worauf würdest du als Kunde achten? Ja, okay, erstmal muss die Musiker wirklich so Weltklasse sein, denke ich mal, heute. Und diese Flexibilität, so, hey, wir brauchen ein bisschen Dinner Music und dann erst Party, dass die Band schnell umsteigen kann. Das ist auch wichtig. Und der Spaßfaktor. Wenn die Band Spaß hat, intern, kommt das Explosiv raus. Und das ist auch sehr wichtig. Spaßfaktor eigentlich Nummer eins. Okay, also was würdest du machen? Würdest du dir bei YouTube Videos anschauen? Oder würdest du bei der Band anrufen? Oder würdest du auf Empfehlung gehen? Wie würdest du jetzt auswählen? Ich glaube, Empfehlung ist immer am besten, weil den hat ein Freund, ein Partner, ein Kollege, ein Kunden, vielleicht die Band schon mal erlebt. Und dann kann sagen, hey, das war so, so oder so. Und die Empfehlung ist immer, glaube ich, Nummer eins. Okay, also du würdest sagen, Empfehlungen hören und da schauen, dass du das bist. Ein Video kann man immer schneiden und das und das und das machen. Und Empfehlung ist so Leben, Mitleben. Okay, also wenn du es gefühlt hast, Empfehlung ist alles Beste. Okay, kurz bevor du gleich auf die Bühne musst, hast du noch irgendein Show-Act, irgendein Highlight in Deutschland, wo du sagst, hier, liebe Firmenkunden, wenn ihr ein Jubiläum habt, ein Betriebsabflug, irgendeine Party, wenn ihr irgendwas Neues braucht, hast du irgendeinen Tipp noch für uns? Ja, da gibt es so eine ganz neue Band auf dem Markt, die sind jung, aber weltklasse, super gut, auch sehen super hübsch aus. Willst du den Namen verraten? Ja, Ground Town 99. Nein. Okay, alles klar, kann man buchen, wo? Es gibt so eine Website, groundtown99.de, kann man auch bei All Entertainment auch finden. Oder All Entertainment, alles klar. Und damit zeigen wir jetzt gleich mal, was Joe auf der Bühne macht und sagen, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Joe, danke, du musst jetzt los den Kanal abonnieren, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao, tschüss, tschüss. Joe, danke, du musst jetzt los. Joe, danke, du musst jetzt los. Come on. Are you ready? Get it ready. Here we go. Go, 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 go. Somebody, somebody. Yeah. 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 It's my life. Here we go. You know what I'm telling you so. Yeah. 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 Rapperspeziales für euch!